hallo und herzlich willkommen liebe freunde zu einer weiteren kanalvorstellung ja noch mal kurz ein paar worte vorweg ja es geht natürlich jetzt wieder weiter hatte jetzt gerade die letzten tage ein bisschen was zu tun und zwar wir haben ja einen neuen kanal aufgemacht gamashek lp und ich ich werde in der infobox einen link machen zum kanal co-op deluxe schaut auf jeden fall mal rein mehr will ich gar nicht dazu sagen und jetzt endlich geht es weiter woven clan tv heute stelle ich vor und die tage kommen jetzt wieder ordentlich kanäle und ja da würde ich sagen gehen wir mal direkt in die kanal info und dann gehen wir mal alles durch okay da haben wir also die abonnentenzahl hat er ausgemacht da haben wir 2401 aufrufe beitritt am 27 11 2015 beschreibung wir bestehen aus vier lustigen durchgeknallten youtuber wenn ihr war vorher im helldivers terrier und gta 5 die panik sehen wollt seid ihr hier genau richtig wer ernsthafte profis bei der arbeit erleben möchte fehlanzeige wir haben einfach spaß an der sache finde ich immer gut spaß ist auf jeden fall direkt unterstrichen spaß an ich will nur spaß haben wieso macht das spaß ist das erst weg ah gott spaß so mag ich das so video uploads finden circa 1 bis 2 die woche statt auf jeden fall richtig cool videos immer videos raushauen ihr wollt mitmachen kein problem solltet ihr eine playstation 4 besitzen habe ich auch schreibt uns einfach eine e mail hier ist die e mail aber die findet ihr natürlich auch unter den details bei geschäftlicher anfragen e mail da habt ihr wahrscheinlich auch die e mail drin land deutschland ansonsten habt ihr keine links irgendwas verlinkt okay dann gehe ich doch mal gleich direkt hier oben durch oben sieht man schon schönes avatar wofenklaren das sind die vier drauf hier vorne auch noch mal richtig cool die vier und sieht auf jeden fall geil aus ok auf jeden fall ein joker fan finde ich sehr cool dann würde ich sagen gehen wir doch mal die übersichtseite durch lalala achtung da geht gleich los rastet da gleich aus hier ok dann haben wir beliebtesten videos direkt hier sieht man schon und überall der geile joker 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 der film war gut hier haben auch gesehen im kino suicide squad war ok auf jeden fall kann man sich angucken eigene playlist jota der joker der war gut aber ich glaube der von nights also der zweite joker von batman nights glaube ich war es oder night ja der war natürlich schon der war schon der heat ledger da der war schon echt gute muss man schon sagen gut dann gehen wir auf videos gucken uns doch mal die ganzen sammels an hier seht ihr schon vor zwei tagen hochgeladen vor einer woche die panics panics in gta die panics in gta die panics in gta ok das sind die also irgendwie lustige sachen wahrscheinlich no man's sky let's play da würde ich gleich sagen schauen wir mal rein ich habe ja von dem spiel viel gehört finde es auch bestimmt sehr interessant und ihr seht schon es haben jetzt richtig schön gemacht kommt doch ordentlich was raus hier und viel hier mit joker finde ich echt cool hier auch diese eingefühlten kleinen männchen hier von euch sieht auf jeden fall cool aus und wieder der joker sehr geil ihr hattet ja auch mal ein kanal ich glaube ich habe ja noch mal neu gemacht ne finde ich auf jeden fall sehr sehr interessant liebe leute und unterstützt die hier auf jeden fall wenn ich mir so die klicks angucke klickt drauf helft ihnen auf jeden fall und da würde ich sagen jetzt machen wir mal hier no man's sky einfach weil ich auch fan davon bin so was haben wir qualität 720p 720p alles klar das kurz laden na gut geht ja fix und dann würde ich sagen guck mal auch kommentare darunter sehr schön dann würde ich sagen schauen wir doch mal ein bisschen rein hier aber ich sagen viel spaß bei no man's sky das sind die ganzen galaxien jahr irgendwo land mit nur ganz spontan irgendwo ich weiß noch nicht wo macht mir schon ein bisschen angst hast du schon was angefangen oder ist ja wir schmeißen sitzt in irgendein galaxie cool das ist die rote pereole die kennst du nicht mehr ja da sind wir jetzt es regnet regnet hat kein ringstamm dabei ich glaube nicht dass es toxisch ist dann sind wir gleich hin also was wo sind wir an und urhalus hier ist kalt sind nur 6 grad 6 gemacht hier grad okay besser als 60 reparatur erforderlich ja und wie es weitergeht richtig spannend bei der landung hier und was euch so erwartet ja das müsste dann selber schauen guckt auf jeden fall vorbei hier und dann zieht euch das mal rein ist auf jeden fall ein richtig schönes spiel stimmen waren auch sehr schön zu hören ist also auf jeden fall richtig gut playlist was haben wir denn da gehen wir mal durch hier haben wir noch mal kurz aufgeteilt dann gehen wir noch mal alles durch no man's sky richtig cool die panics die panics die serie war vorher ist auch ein sehr schönes spiel die universe online live in the woods die panics minecraft zu besuch bei c des bands wenn bin es mein gott die kreis doch heute so weit zwei portal nights helldivers angezockt fan 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 terrier together joker und leroy joker der coole joker auch noch mal joker 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 solo ich muss mal lachen wenn ich den namen joker schon ja was ist einfach cool wo oben klären joker und und der crafter gh g crafter ja kann ich auch nice ja die welt ist klein gerade im youtube auf jeden fall richtig gut schaut unbedingt mal ein ja die captain sind auch sehr witzig finde ich sehr cool immer was anderes auf jeden fall gefällt mir habt auch eine community also die haben auch eine Community von Google Plus. Die solltet ihr unbedingt auch besuchen. Jetzt habe ich gerade ja geguckt, ihr hattet die hier nicht verlinkt, aber ich würde euch sagen, also eine Bitte müsst ihr nicht tun oder so, aber verlinkt auch die Community von euch hier rein, damit man die Community auch besser findet. Ist auf jeden Fall eine coole Community, sind viele Leute drin auch und ne, weil sie gefunden werden wolltet auf jeden Fall, dann, ich bin ja schon drin, aber vielleicht für die neuen Zuschauer auf jeden Fall eine coole Sache. Diskussion, was haben wir hier? Ah, guck mal, hier ist auch was. Ah, da ist er, ja, cool, auf jeden Fall. Kanäle, schauen wir auch mal rein, ich will ja alles anklicken. Oh, guck mal, da ist unser neuer Kanal sogar. Copdelux, yeah. Sarazah habt ihr drin, cool, auch die Großen. Also alles drin, ja. Die alle abonniert habt. Schick, schick, schick. Ja. Dann sind wir hier eigentlich schon durch. Dann sage ich nochmal was dazu. Nein, auf jeden Fall ein guter Kanal. Der geht immer los, obwohl ich Stopp gedrückt habe. Unglaublich, der Wurfenklan-Trailer. Ist auch cool, die Musik vor allem. Ich mag die Musik unheimlich. Also von dem Trailer allgemein, von dem Film, die Musik, auch von den Mädeln, wie die da tanzen, so, haben die echt gut gemacht. Auf jeden Fall ein guter Kanal, macht weiter so. Nette Leute auf jeden Fall, die sind auch schon länger mit denen am Schreiben. Und für die Zuschauer, die sie noch nicht kennen, ich werde natürlich den Link von dem Kanal in die Videobeschreibung packen. Schaut auf jeden Fall mal rein hier. Schreibt den, macht Kommentare, Likes und natürlich auch ein Abo, wenn ihr möchtet. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Unterstützen, gegenseitig hilft. Und dann würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns bei der nächsten Kanalvorstellung wieder. Bis dann, euer Revano. Und ciao.